Ich habe das schon so oft getan und trotzdem ist das jedes Mal wieder wie wenn es zum ersten Mal dauert. Ich bin jedes Mal wieder fasziniert. Für mich ist es einer der schönsten Flüsse in Oberösterreich und deswegen ist es zu mir ans Herz gewachsen. Es ist voll klasse, man kann sich ausbauen, Adrenalin kick von oben bis unten. Ich meine, der Beruf, das ist eine alte Geschichte, da kannst du sagen was du wirst. Danke. Danke. Vielen Dank.